Diktate aus dem deutschen Schrifttum Christoph von Schmid, der Starr in der Tasche Der alte Jäger Moritz hatte in seiner Stube einen abgerichteten Starr, der einige Worte sprechen konnte. Wenn zum Beispiel der Jäger rief, Stärlein, wo bist du? So schrie der Starr allemal, da bin ich. Des Nachbars kleiner Karl hatte an dem Vogel eine ganz besondere Freude und machte ihm öfters einen Besuch. Als Karl wieder einmal hinkam, war der Jäger eben nicht in der Stube. Karl fing geschwind den Vogel, steckte ihn in die Tasche und wollte damit fortschleichen. Allein in eben dem Augenblick kam der Jäger zur Tür herein. Er wollte dem Knaben eine Freude machen und rief wie gewöhnlich, Stärlein, wo bist du? Der Vogel in der Tasche des Knaben schrie, so laut er konnte, da bin ich. du bin. du bin. du bin. Vielen Dank.